Mein Bild ist richtig unscharf und ich dachte mal, meine Kamera ist kaputt. Dabei liegt es vermutlich einfach mal an meiner dreckigen Panzerfolie. Deswegen nehme ich die jetzt ab und dann schaue ich, ob ich einen Unterschied sehe. Seff ist zurück mit neuen Videos, die Hertha ballern als Orangensaft nach dem Zähneputzen. Freunde, Leute, ihr Lieben, seid ihr bereit? Kauft bitte dies, das und jenes mit meinem Rabattcode. Wer hat das schon mal erledigt? Lustiger Intro-Witz. Wie nennt man es, wenn man das Kopierpapier direkt neben der Toilette lagert? Hä? Na? Das ist dann das sogenannte Klopierpapier. Hm, ich verstehe. Sorry, das war mein Therapeut, der hat mich angezeigt. Anzeigen werdet ihr mich vermutlich nach diesem Video auch, denn wir haben ein brandneues Horrorgame von N4BA oder Neighbor oder wie auch immer man das aussprechen soll vor uns. Und wenn der Typ eins kann, dann ist es eure Trommelfälle zum Platzen bringen. Wir spielen den Prototyp von Depart, oder wie die Österreicher sagen. Bist du Depart? Und ich muss so ehrlich sein und gestehen, dass ich etwas leicht nervös bin. Denn ich erwarte hier definitiv dunkle Ecken, akuten Hörschaden und eine Atmosphäre, die so tight ist, wie eure Versetzung ins nächste Schuljahr. Let's go. Boah, was ist denn mit der Cam los hier? Boah, 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 boah. Muss man aufpassen, dass man nicht seekrank wird. Alles klar. Ah, stimmt, ich hab gelesen, das ist so Bodycam-Horror, ja? Also es gibt ein Body und da ist eine Kamera dran. Weißt du, die haben hier schön diesen ganzen neuen, modernen Scheiß eingebaut, aber so traditionelle Sachen, die sich bewährt haben, wie ein E-Knopf an der Tür, und dann geht die auf, ist wieder nichts, ne? Dafür ist das Motto, immer mit dem Kopf durch die Wand. Boah. Meine Augen müssen sich erstmal an die Misere gewöhnen. Das könnt ihr gleich weitergeben zu euren Ohren. Die bekommen auch gleich noch ihr Fett weg, wenn's erstmal richtig losgeht. Shoot! Sollte eigentlich was anderes stehen, aber ich hab meine Wortwahl im Griff. Okay, alles klar. Jungs. Das, äh, Türklinken hier nicht so eine große Rolle spielen in dem Game, das haben wir bereits in Erfahrung gebracht. Alles klar. Wenn ich doch nur... Oh Gott. Wo ist was? Ah! Eine Waffe finden würde. Hallo? Oh, ich seh gar nichts. Oh, was? Wow. Da haben sie mir aber der richtig krasse Funzel gegönnt. Meine Güte. Was mit dem Sound? Überschlagt euch hier nicht vor Serviceleistungen, ne? Ich muss auch nichts sehen in meinen Horrorspielen. Ich muss dem nicht in die Augen starren, der mich anschreien will. Aber ich weiß, wenn ich hier fertig bin, dann wird mein Gesicht richtig schön abgeraspelt sein. Oh oh. Oh. Ich hab den Horror aktiviert, Freunde. Das war der Knopf für die Scarce, der besagte. Aber keine Sorge. Jesus ist bei mir. Und auch ein äußerst breites Becken. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Hallo? Alles klar. Oh. Eine Waffe. Wenn ich doch nur irgendeinen Ort hätte, den ich shooten soll. Aber... Gut. Wie kommen wir da rein? Hallo? Hahaha. Das ist clever. Ist es eventuell so ein bisschen Foreshadowing? Auf das, äh... Was da noch kommen wird? Bin nach wie vor gespannt. Das hört sich an wie ein sehr einsamer Hund. Warte mal. Das ist doch nicht... No way. Okay. Hier im Mittelalter oder was? Also, bei irgendwem hab ich die Klospülung auch nebenbei mit abgestellt. So. Aber immerhin ist die Tür offen. Springfield Armory. Alles klar, Homer. Oh. Oh mein Gott. Alles vollkommen normal. Das Ding wiegt auf ominöse Art und Weise 30 Kilo. Wir müssen jetzt damit haushalten. Gut. Für Licht ist gesorgt. Und... Aha. Für die nötige Zielerfassung auch und... Somit ist durchschlagender Erfolg garantiert. ist natürlich die Frage, ob wir die Einladung annehmen und in diesen Raum reingehen. Soll ich? Ich soll aber auf irgendeine ominöse Art und Weise ist es mir vergangen. Ich hab keine Ahnung, wieso. Das ist nur so ein Bauchgefühl. Ihr wisst schon. Okay. Das war's dann hier. Oh. Oh no. Oh no. Ich möchte das nicht. Gibt's vielleicht so eine kleine Leuchte als Aufsatz für meine Waffe? Oder habt ihr nicht den Baue deinen Knarrenkasten Spezial hier überall verteilt? Das wäre eine Schande. Komm, sowas kann man mal investieren. Kommt hier gleich ein Garador? Boah. Verdammt. Ich hab zu viel Resi 4 gespielt. Oh. Okay. Gut. Ihr verratet mich nicht, ne? Alles klar. Ganz mieses Gefühl. Okay. Verschlossen. Dachte ich mir. Da war wer! Bruder, bleib stehen, Alter. Ich kenne deine Geheimnisse. Hinter dunklen Ecken luchst du vor. Aber diesmal bin ich bewaffnet. Geht's hier weiter? Oh. Die Sounds gefallen mir nicht. Oh mein Gott. Das ist so dicht. Gar schnittfest. Wie ein guter alter Käse. Springt mich da gleich was an? Ich wundere mich über gar nichts mehr. Oh nein. Der Horror, Leute. Ich hab ihn gefunden. Ich weiß, wo er ist. Soll ich da lang? Oh, das ist ne wunderbare Idee. Ist zu dunkel. Einen Verstand, den hab ich nicht an der Erdoberfläche gelassen. Immerhin. Ich seh nichts. Da guckt wer! Ey, yo. Kopf einziehen, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich treffe. War das Warnung genug? Oh, ich seh gar nichts, ey. Oh Mann. Muss ich die Bretter irgendwie wegkriegen? Ich weiß nicht. Es gibt viele Dinge, die ich nicht weiß. Ah! Oh mein Gott. Ich hab den Kleiderständer erschossen. Hatte der da ne Maske? Boah, alter. Achso, ich komm von hier rein. Oh, ich muss bestimmt die Leuchte mitnehmen. Oh, das gefällt mir. Das war der Reveal-Moment. Ich sollte hier rausgehen und den erst sehen. Verdammt, ich versau mal wieder eure Party-Tricks. Sorry. Aber dafür bin ich bekannt. Da liegt sie, die Maske ja. Ich denke, wir müssen runter. Immer tiefer hinab. Und eins kann ich euch versichern, es wird nicht heller werden. Hier stand er eigentlich um die Ecke. Na gut, was ist doch schon Schlimmes passieren, ne? Ah! Sag nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Oh mein Gott. Äh. Okay, danke. Wir brauchten alle einen kurzen Moment an Bedenkzeit. Boah, mein Herz. Schön, 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 schön. Da fühlt man sich doch gleich ein wenig zu Hause. Wie jetzt, Sabing? Wie jetzt, ich kann sterben? Was meinst du? Ey, sag das nochmal. Sag es mir direkt ins Gesicht. Kalle, wo ist es denn? Ich bin über jede Tür dankbar, die nicht aufgehe, tatsächlich. Doch! Beruhigt euch! Steh jetzt! Still gestanden! Ich um mein verdammtes, üppiges Becken. This way. Oh, for real? Ich hör sie atmen. Ach, du Scheiße. Die lass ich doch jetzt rein, ne? Boah, bin ich angespannt. Ich hör dich, Brudi. Können zusammen gerne noch eine Cardio machen, um was an deiner Ausdauer zu arbeiten. Aber als erstes muss ich das zweite Rad finden. Und dann wahrscheinlich auch noch das dritte. Jetzt komme ich hier nicht weit. Hallo? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Die holen mich gleich, ne? Dann gibt's Stubenarrest. Oh, hier ist was. Oh, hier ist was. Ein Schlüssel. Was ist los? Oh! Oh mein Gott! Was ist mit dem Spiel los? Oh, Alter. Ihhh. So melodramatisch, Alter. Junge, 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 Junge. Komm ich hier rein? Ah, ja. This way? Komm ich da gleichsam raus? Ja, hab ich mir doch gedacht. Oder? Oh, keine Ahnung. Also wenn, dann ist das jetzt noch die Chance umzukehren. Nein, das führt zum selben Ergebnis. Alright. Hier ist noch ein Rad. Ich kann mich nicht hinhocken. Oh, das ist hier die andere Seite, ne? Ah. Junge, ich will das nicht mehr spielen. Können wir was anderes machen? Das zeigt sich relativ unbeeindruckt. Ja, ich verstehe das schon, alles klar. Dreh das Rad, dreh das Rad. Und dann zurück am Anfang und die zweite Tür ist offen. Ne? Ich glaube, ich brauche noch die dritte. Bin mir nicht so sicher. Boah, meine Fresse. Die Musik hat aufgehört. Schluck Geräusche. Oh, ich höre hier von irgendwo. Ich glaube, das ist das Ding nur. Oh, ey. Ich dachte, da schleicht sich gerade wieder wer an. Ja, hier waren wir gerade. Oh nein. Die warten schon auf mich. Mit mächtigem Appetit. Ich mag nicht. Was ist denn hier? Kann ich mich da nur verstecken oder was? Da ist rot, da bleibe ich nicht stehen. Nicht in so einem Game. Oh, du Scheiße. Oh, hi, Großer. Oh no. Der geht nicht down. Ich habe keine Maus. Oh. Okay. Oh no. Boah, der hat mich voll weggefegt. Damn. Ah! Why? Ich dachte, ich muss noch mal machen. Junge, don't mess with Big Papa, Alter. Okay, gut. Warte doch mal kurz. Meine Fresse. Wir gehen das ganz entspannt an hier. Nicht wie Drama-Creams, ja? Momentchen mal. Mein lieber Freund. Warum? Ich verstehe es nicht. Digi, spawnst du noch oder? Komm schon. Er kommt von hier, ne? Ja. Jetzt ist er down. Kommt noch mehr. Da ist er. Oh. 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 Oh, Alter. Das ist ja fürchterlich. Boah, Junge. Oh. Ey, zwei Gegner sind aber echt herb. Vor allem, wenn einer von denen seine Beine gefunden hat und rennen kann. Digi. Kann ich den anderen hier vorne platt machen? Ich brauche zu viel Zeit zum Nachladen. Die gehen nicht down. Komm. Nee, kommt nicht. Oh, das wäre ja auch zu schön gewesen. Oh, okay. Moment mal. Der spawnt hinter diesem Schrank da. Der andere kommt wahrscheinlich von hier. Das habe ich mir gedacht. Und der nächste, der spawnt ja auch irgendwo. Oh, das ist aber doof. Da kann ich da hinten nur in die Ecke gehen. Ich muss da weiter. Ich muss weitergehen, wenn... Sobald er hier platt ist. Warum? Ich sehe nichts. Oh. Warum hast du mich nachgeladen? What? Heftig. Okay, pass auf. Neuer Plan. Der, der aussieht, als hätte er einen gepaarten Gansanzug an. Der kommt von hier. Der ist aber relativ langsam. So, den aktiviere ich. Und jetzt renne ich hier zurück in den anderen Raum. Okay, da kommt er. So, ich bin hier. Wer hat ihn plattschießen, sobald er da... ...um die Ecke kommt. Nachladen. Nachladen. Die anderen kommen. Oh, der Kleine kommt auch. Oh, ich hab's. Boah, war das knapp. Der hat gerade ausgeholt. Alright, alles klar. Uff. Uff. Noch mehr Mainzelmännchen am Start, ja? Komm, schick die alle, Alter. Links, rechts, Uppercut, Alter. Da gibt's eine Bachpfeife und dann hält das hier durch den ganzen Keller. Ich glaub, nee, im Kampf hätte ich das nicht versuchen können. Das ist, äh... Das wäre insane. Das funktioniert so nicht. Dafür sind wir dann doch etwas zu schnell. Boah, das hat... Das hat lange gedauert, Leute. For real. Hier ist jetzt offen, ne? Ja. Das heißt doch nicht. Freiheit. Ich glaub euch nicht. Ja, den nehm ich euch ab. Grüß dich. Na, komm her. Was ist mit ihm? Ja, tanzt der? Hahaha, was? Oh mein Gott, no way. Hahaha. Ist das bekloppt. Okay, äh, ja, das ist genau... Mein Humor. Hahaha. Schön. Coole Sache. Das war halt grad echt schwer, Alter. Ich muss schon zugeben. Diese drei Gegner in dieser beengten Räumlichkeit. Und wie wunderbar das gemacht ist von... Also so mit simplen Mitteln, die aber qualitativ sind. Mit den Sounds, die irgendwie mal abbrechen. Und wo du dich dann fragst, okay, geschieht jetzt hier irgendwas? Also die Auswahl, die Scares. Ja, das ist alles nicht das Rad neu erfunden, aber so wie es zusammengebaut ist, ist es super effizient. Da erkennt man mal den Unterschied zwischen jemandem, der halt ein wirklich krasses Gefühl dafür hat. Weil das hat der Entwickler definitiv. Ich freue mich auf neue gruselige Erfahrungen seinerseits. Schön, 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 schön. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt.